Sind die Gerüchte also wahr? Vor ein paar Tagen plauderte ein Insider aus, dass Jenny Elvers 49 und Mark Terrensie 43 ein Paar sein sollen. Bei einem gemeinsamen TV-Dreh sollen zwischen der Moderatorin und dem Sänger mächtig die Funken gesprüht haben. Tatsächlich gab der Ex von Sarah Connor 41 gerade erst seine Trennung von Vivian Eret-Kleinau bekannt. Und wie Fotos nun beweisen, scheint Mark in Jenny seine neue Liebe gefunden zu haben. Auf den Fotos, die Bild vorliegen, schlendern die 49-Jährige und der dreifache Vater Hand in Hand durch Berlin. Dabei tauschen die beiden Reality-TV-Stars immer wieder verliebte Blicke aus. Weitere Bilder zeigen, wie Jenny und der einstige Dschungelkönig in einem Café frühstücken, dabei mächtig turteln, und sich innig küssen. Sowohl die prominent Getrennteilnehmerin als auch der Boy-Groupster wirken auf den Aufnahmen gelassen und glücklich. Die Fans der beiden würden sich über eine Beziehung freuen. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei sehr gut harmonieren, äußerte eine Promi-Flash-Leserin erst gestern auf Instagram. Wäre doch schön. Insbesondere Jenny hat das nun endlich mal verdient, kommentierte eine weitere Userin. Vielen Dank.